ja ja Servus guys, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Arco Hallo, mit dem Leon Moin, ich muss mit dem neuen Spielzeit gecraften meines Erachtens folgen kaputt gegangen und Leon ist irgendwo verschollen und ich muss ihn retten, wo ich keinen Bock hab also bleib ich bis hier und fahren nach Dias die Höhle gefunden Hey Mann, wieso sind Helmer scheiß Creeper das ist halt Leon 13 Jahre rastet aus wie Creeper Ja, ich hab zwei Herzen und Regierungen nicht so nicht so ein Schreiner zu den Orden ich fahre Spitz jetzt in der 1.11 mit einem Schild in der Hotbar das war ein Puffitanz wie die Papier die Papier die 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 ja ich sehe generell endlich ich habe keine Nahrung er heißt soll man aktiviert und jetzt muss ich den leeren Rettbewerb als ich verspricht ein Rettbewerb ich brauche keine Rettung mehr ich hab wieder neuneinhalb Jahr ich hab und ich hab alle nicht so stark wenn ich nicht aber ich hatte vorgegangen wie es aussah die Mannschaft so wie es aussieht jetzt er meint dort mal 1 ja das ist meinst du meinst du bei mir abstand und bei er ist das ganz schlecht dann habe ich mein Schild jetzt in der richtigen Hand habe ich auch noch nicht Prozent aber wieder bei sich alle aber auch ein paar Jahre ich habe es nicht von der Höhle auf dem Land der letzte Folge war bei mir das gleiche 50 bis 100 Blöcke hinter unserem Haus direkt mit dem Bauch hab noch sechs Pfeile mach das ich kann voller Schreck ich gehe jetzt hier noch hinten da bin ich von dir auch ruckel 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 wenn es ruckelt sofort ins Haus Mikey Mikey du musst jetzt aus da mal das ist von der Hexe getötet ich sehe es schon du bist du da sie sind als gesagt dass seine Hexe ist immer noch ein bisschen ich habe ich habe noch mal Kohle alle haben es bei mir hier wo jetzt wenn ich mich an die ganze Mann schädigt Hohen töten alles klar Leer freut sich wenn ein Huhn töten kann alles klar zwei Hühnchen drei vier Zeug hat Wappen ausleeren weil wir können ja ehrenzweißen ich hab ein Feuerzeug Wasser einmal hier mal so easy kommt ich hab Fische für dich voll zu essen braucht und ich habe ein 60 Fleisch ich habe jetzt 38 Fleisch ich hab nur gefunden ein Gebrauchstabler Focke mach alle Dauern jede ich kann nicht mehr Sprengen ja weiß worden ist mehr ich glaube ich bin bei unserem Staat er hat geiler und Leute da haben wir angefangen und das ist unser Haus Held Lohrkopf die Träume Hohen wie die Leute nur im ich bin und da muss ich nicht laufen einmal das ist folge ich habe mich verlaufen Mike Leon sagt mir deine Korte ich komme zu dir um ich bin X 200 79 500 hat nur als er dort für man sie z die 2 100 bloß ich gehe auf 300 sind jetzt auf 300 er ist in der Nähe ich bin jetzt auf 400 gleich ja auch bei sich lassen ja genau da musst du eigentlich gleich unser Haus die aber auch noch eine Höhle gefunden um ich gehe gerade auf ein Schneeberg ich glaube dass der Schneeberg ich glaube ich weiß ich bin und ich habe das zweite Leute zumindest glaube ich dass aber ich kann nicht nur sagen wenn ihr in den 10 ab und ich bin richtig falsch gelaufen und die Anstattung der Zehnten von Malkin ich bin aber noch nicht sicherlich muss man auch schauen ich habe schon jetzt von angeboten können wir morgen 9 aber als Furchtland neben dem Waffenbettel Klee Jörg was ein wir hatten die Unrecht hast du die um also also im Sinn also und was hat auch nur geschaut neid er hätte er ab Leuchtturm und die Arztlohler und er hat er mehr ab als ich ein zweites was meistern mein Wort Oh, ich seh da hinten ein Gabelkab... Okay, doch, ich seh unser Haus. Ich seh... Das heißt, ich seh auch gleich unser Haus. Ich wollte einfach gerade zurückrennen und seh da nur so... Leon, wo... Mein Schatz... Leon, das Internet ist in der Fläche, da kann man nicht arbeiten. Ich seh da nicht... Namecheck, Hello... ... ich seh da nicht... ... ich bin dran... Alter, ich schwöre, Internet ist best... ... aller best... ... weil hier bei meinem Cash-Pack ist einfach so geschehen... Wie findest du das geil, ne? Die Fressmann, meine Rüstung ist fast... ... bist du so low? Nein... ... okay... Nein, nein... ... vielleicht bin ich... ... okay... ... jede Woche... ... ja, so ein bisschen fischig ist... ... wir sollten da... ... eine Botenleon aus dem Platz, ne? ... das ne Blumen... ... ne... ... ne, die Fischig... ... das sind nicht... ... okay... ... okay... ... okay... ... jetzt kannst du mal ein bisschen... ... jetzt angeln... ... und ich gehe wieder an... ... ja... ... komm jetzt mal die Höhle... ... das wollen wir es mal machen... ... Punkt... ... alle PVP... ... der ist mir scheißegal... ... was ist mit der Angemakten... ... neue Machen... ... dann einfach nur... ... mal die Nacht... ... überleben... ... und nicht in die Röhle... ... aber es ist wenig... ... was... ... Schade zweist... ... die eine Komponente... ... die Machen jetzt... ... erhöhen zu... ... sofort kommt es... ... wir machen die ... ... ja... ... die... ... brauchen wir... ... kommt es her... ... auch Nahrung... ... das Verhunger ist... ... die... ... noch... ... meine Fische... ... hier... ... nehmen sie... ... ich... ... ich... ... ich... ... ich... ... das... ... ach... am liebsten heuer reichern ok aber jetzt habe ich den Tod warte in der Tat wird alle professionelle auf die 1 für alle der Kettcher ich möchte ich ich möchte aber ich habe ab ab soll er bekommt eine neue Folge weiter mein Volk ist abgeschmiert lassen ich komme gerade hoch alles weiß nicht wo ich bin nur ich habe in der Zwischenzeit eine neue Anwendung gebraucht war meine kaputt begangen und ja erinnert so wie er ist auch gut ich komme davon unten ja ich weiß nicht wie lange die Aufnahme Prozent von daher er war ein paar Minuten muss man sagen wie wir sollen noch machen es wird stehen bleiben und sagen sechs bis sieben Minuten auch das haben wir nicht ich musste ich habe ich mache ich auch das ist eine Höhle bei Lohr ich bin auch mehr auch keine Fackeln ja ich schlau in der Nähe hat als wir auch ein paar Fackeln geben auch alle die Lädie Lädie doch nun soll schon ja es funktioniert ich bin kein Schaden um einen Rutschdruck da wollen ja das Schild nutzt ab ja wirklich ja ich hab ich auch noch nie gesagt haben die ihn doch auch auf der Welt mir hat er liegt dass es auch kräftigen Niedersalber Kopf hoch von anderen Seiten ihr euch mal an deiner Stelle mal zu bauen in der Klinik in der Dunkelheit kommen in der Nacht danach hin aber nicht jetzt die Lehrende werden ich kann nicht mehr auch auch noch mal ist denn ich habe keine die Hörgermeister schluchte schluchte und schluchte als er nachdem ich habe keine Fakten haben sich zu nehmen das ist der größte Lager ja so ein Kiebschen zum Kiebhaus die Wand ach du scheiße ich gehe runter ja wenn du runter gehst das ist Maragde wir haben gesagt das Gold hier hinten das ist klar Gold Prozent ich brauche mich gut zu einem Mann in anderes Kettbeck rein dass der Speck fangt mich langsam ab, weil meine Fackehle... Nein. Nein. Hau ab! Wie unlogisch das ein... Ich kann mal nix machen. Lass es bitte. Ich weiß, dass du gerade eh Wasser gesetzt hast. Oh, jetzt sehe ich auch endlich was. Tschau mal Leon. Tschüss. Scheiße, Michael... Hier hast du was eigentlich kommt. Nein, du sollst runterkommen. Ich muss keine Ahnung. Die andere funktionieren nur nicht beim Mop. Ich weiß, der hat mich ausgestattet. Oder ist einfach allgemein ausweichen. Ja, kommt jetzt mal. Ich hab Angst, ich hab mich nicht gern auf. Ich hab mir einfach eine Facke mit ihm gerade. Ich weiß nicht, wie lange die Folge ist, auch die Verwendung. Ach, neunten Folge haben die acht Folge. Wenn wir nach Diatia Ausschau machen... ... und dann bist du dauerhaft... ... wir sind... ... ich geh' zum Diziner Lager. ... ... von mir, ich hab' hier was... ... gesetzt, klochst, spiel hoch. ... ja, ich hab' das gefunden, wo man das gerade gesucht habe. der Karte das Wort ist ein Schall und Bündner er hat sich stehen Kredite auf ich habe gerade wollen Leute ich möchte sagen die von sich zu Ende ich bin egal wie lange ist wie kurz ist so scheißegal ich bin Grundsorben in der Woche wir bauen uns hier ein und dann machen wir den nächsten Folge an dieser Stelle weiter wir haben keine Fackeln, Leon hat doch Fackeln, weil ein Lübner ist dann bauen wir welche gecrafted welche Kohle gefunden habe soll ja, wir bauen uns jetzt hier ein, war ich nicht, während wir auslaufen oder einlaufen sterben will also Leute, haut rein, bis zur nächsten Folge ne Leon? Tschüss! Nein, warte, 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 wir müssen sind abgeschüttet komm, komm, nimm mich, lass mich, Leon! Ich hoffe jetzt, oh, komm, guck Literally Leute, wenn sie gefallen,ού mir inaug実pl vent, wir sind .. wir können uns darum... ... wir lesen uns in den beiden Sachen ... haut rein und tschüss! Sch terk auft dec